Der, äh, jedoch irgendwie absolut gar keinen Hetero-Gang hat, muss ich sagen. Wollen wir hoch? Ja. Gut, dass der einfach mal nie nach oben guckt. Ja, ich hab's gesagt, sowas tut man noch nicht. Im Normalfall tut er es dann direkt. Geht doch wahrscheinlich jetzt durch das Ding, ne? Ja. Ups, das war knapp jetzt. Hat auch keiner gesehen. Rubeln war mal einfach. Rubber. Diese Folge ist grad schon wieder so tierisch spannend, glaub ich. Bis wann geht die eigentlich? Äh, 10 nach 5. So, wieso bist du jetzt eigentlich in der... Oh, grünes Zeug hat man noch gar nicht. Ähm, da wollte ich doch überhaupt nicht hin. Ich wollte eigentlich nur übers Dach. Schöne Sch... Schade. Hm? Ja, natürlich. Rennen gilt als Selbstverstümmelung. Natürlich. Ihr seid wach und so viel wie ihr euch bewegt, äh, zählt Atmen schon teilweise zur Selbstverstümmelung. Ich hab' noch nie schlechte Güte angeboten. So, wo geht der denn jetzt lang? Hallo? Ich bin schon dreimal durch die komplette Stadt geeiert. Ich möchte nicht nochmal. Ach, da. Da ist der Gegenwart. Ich sag, wieso meckere ich eigentlich nie vorher rum? Ist doch jedes Mal so. Sobald man anfängt zu meckern, dann, äh, ändert sich was. Gut, also in der nächsten Mission direkt nach einer Sekunde machen. Oh, scheiße, hier kommt doch mal endlich voran, Alter. Geht gar nicht. Dann klappt's bestimmt. Muss ich jetzt beide bügeln oder nur einen? Ich nehm erstmal den Dicken. So viel zum Thema, nur den Dicken. Ähm. Wer seid ihr denn? Warum geht ihr auf mich drauf? Lasst es doch mal sein. Ey, das war jetzt ziemlich elegant, muss ich sagen. Hat der vielleicht noch irgendwas dabei? Ein bisschen Medizin. Ein bisschen Geld. Boah, ganze fünf Geld. Da geh ich jetzt gleich erstmal direkt auf den Marktplatz zur Eisdiele und hol mir eins. Weil es ist nämlich hier oben ziemlich tierisch warm. In meiner Bude. Und heute haben wir ja, nachdem ja vor drei Tagen Sommeranfang war, mal endlich. Nein, vor vier Tagen sogar tatsächlich. Nein, das scheiß Wetter ja tatsächlich auch wirklich einmal aus Sommer zu machen. Und, ähm, eklig warm zu werden. Gut, das sehen die natürlich jetzt im Osten und im Süden ein bisschen anders. Den ist nicht ganz so heiß. Auf jeden Fall haben die genug zum Schwimmen. Ähm, war jetzt vielleicht ein bisschen makaber. So, dann sag mal, was du hast, Jungchen. Das wurde aber auch Zeit. Schon wieder einer mit so einer hässlichen, äh, Tattoo-Strumpfhose. Ja, ich bin wenigstens richtig tätowiert und nicht so ein Möchtegern wie du. Jo, und interessanterweise sind wir jetzt auf einmal mitten in der brütenden Hitze von Sun Gigi. Ähm, liegt bestimmt auch überhaupt gar nicht daran, dass ich gerade von, äh, Hitze, Sommer und, äh, Eisdiele gesprochen habe. Was sollen wir machen? Ich hab jetzt gerade nicht zugehört. Ich war, äh, gerade am, ähm, sagen wir nachdenken. Okay. Gut, äh, okay, wir gehen einfach mal rüber in den grünen Bereich wahrscheinlich. Hm, lasst mich überlegen, könnte es irgendwas mit, äh, Assassinieren zu tun haben. Gibt's das Wort? Ne, ne? Attentat auf Bernardo Borencelli. Ich kenn Burticelli. Und Cello. Ah, ich weiß, wo ich hin muss. Ganz easy. Hm? Nie zu lange an einem Ort, hast du recht. Hm, wir schauen tatsächlich nicht bleiben. Wo ist denn dieser Hampelmann? Hm. Sie wissen nichts. Hm. Ich bezahle sie. Ja. Aber was soll das alles? Sie interessieren sich nur für Geld. Da. Alle interessieren sich nur für Geld. Der Dicke. Für die Bruderschaft. Gut für mich. So ist es sicher. Ja, ja. Ich frage. Und dann? Und dann werde ich beschützt. Wir treffen uns, wenn die Zeit kommt. Und ich gehe hier fort. Ich glaube, sonst hatte ich das immer aus dem Brunnen rausgemacht. Oder aus dem Heu da. Ich glaube, aus dem Heu war das tatsächlich. Da war etwas. Noch ein Zeug noch, um mich auszuspionieren. Tatsächlich werde ich es aber diesmal einfach mal aus dieser Gruppe hier probieren. Schwer ruhig zu bleiben. Wissen, dass ihr mich sucht. Ich muss konzentriert bleiben. Hup. Oh, der hat nichts runter. Habt ihr gesehen? Ich wusste, dass ihr kommt. Wo ist Jakobo? Damit ihr ihm tun könnt, was ihr mir getan habt. Noch habt ihr Zeit, euer Gewissen zu reinigen. Wir treffen uns bei der Kirche, wenn ein Treffen einberufen wird. Es tut mir leid, dass es so kommen musste. Requeur es Gott im Patsche. Also Jungs, sowas könnt ihr nicht bringen. Da müsst ihr mal drauf achten. Nein, lass das. Gott, hauen wir uns also erstmal wieder ein bisschen. Oh, richtig viele sind heute gekommen zu unserer kleinen Party. Wer möchte ihn anfangen? Du, okay. Zupp. Ein dahin, ein dahin. Dann du, kleiner frecher Wicht. Ha, Zupp. Bauchnabel-Biercing. Und dann du mit deinem Hämmerchen. Kriegst auch eins, weil du so lieb gefragt hast. So, da will einer abhauen. Da soll er machen. Wir sind heute nicht so. Wir haben ja noch genug Freunde zum Spielen hier. Zwei Stück nur noch. Wo ist denn der Rest hin? Schon wieder die Hosen voll, oder was? Die Hosen voll, oder was? Na komm. Was wolltest du sagen? Wollte sich gerade über mich lustig machen. Habe ich das richtig verstanden? Eure Feinde sollten mit der Flucht beginnen. Ja, sollten sie. Wobei, nein, diese Feinde fliegen nicht mehr. Ezio, lass das liegen. Ezio, lass das liegen. So, jetzt plündert er natürlich wieder. Das möchte ich eigentlich nicht. Ezio, lass das liegen. Ich möchte kein blödes Schwert aufheben. Ich will die... Genau, du hast es verstanden. Boah, du bist so klug, Ezio. Auf das erste Mal. So, ich wollte ein bisschen aufräumen hier, damit die Leute nicht zu meckern haben. Boah, leg das weg. Ich kriege langsam einen am Rappel hier mit dem Typ. Andauernd griffelt er nach den Schwertern, die hier rumliegen. So. Wisst ihr was? Ich lasse die jetzt liegen. Das wird mir zu blöd. Bis die mal alle fertig sind. Oh. So, und das Schöne ist, das hat noch nicht mal einer gesehen jetzt. Wieso dir? Ja, du stehst doch da noch. Du kannst doch mit mir sprechen. Wenn dir das passiert wäre, würdest du auf dem Boden liegen und, ähm... Oh Gott, hat er gerade... Oh Gott. Bam! Einmal schön in die Kornjuwelen getreten. So mögen wir das. Äh, nein, eigentlich nicht. Haben wir auch nicht gemacht. Sowas würde ich niemals tun. Tote darf man nicht schänden. Oder entehren. Oder sich über sie lustig machen. Es sei denn, sie haben einfach mal keine Hose an, wenn sie mir begegnen. Und, äh, einer der Verräter sind, die meine Familie ausgelöscht haben. Gut, aber ansonsten ist das alles vollkommen in Ordnung. Und, äh... Gerade letzten Monat kaufte der Burggraf 300 mal feinsten Säbel für seine Kavarie. Wir können ihn einfach mal nicht angreifen. Aber, wir gehen einfach mal ganz... gemütlich an ihm vorbei, wenn er mich denn mal vorbeilassen würde. Und nehmen einfach mal den Schatz hier mit. Und verkrümeln uns dann mal ganz einfach, ganz schnell aus dem Dach. Als ob nichts gewesen wäre. Warte mal, wer ist denn da unten? Wer ist da unten? Dann habe ich jetzt nochmal gerade eben so aus dem Augenwinkel gesehen. Ich dachte eigentlich, es wäre ein, ein, äh, Dingenskirchen gewesen. Ein, ein... Ihr wolltet mich sicher nicht verärgern, Amico. Das war's! So, ein, ein... Ein fieser Wicht von, äh, Beamter gewesen. Oh! Das stelle ich mir sehr ekelhaft und ungemütlich vor. Deswegen hatte ich ihn eigentlich angegriffen. Aber ich sehe gerade, da ist ein fieser Wicht von Beamter. Dann gehen wir ihm nochmal einen kleinen Besuch abstatten. Die freuen sich in der Regel immer, wenn sie uns sehen. Stopp sie! Ja, dich lasse ich bestimmt nicht in Frieden. Falls du jetzt gerade ein, äh, Zivilist warst, der mit mir gesprochen hat, dann, äh, natürlich. So. Und jetzt brauchen wir nur noch einen Steckbrief. Da oben hebt... Hegt schon irgendwo... Hebt! Lern sprechen... Hängt schon irgendwo einer. Dummerweise meinen die Wachen, sie müssten mir hinterherrennen. Maul. So. Wo, 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 wo? Wo? Na komm, nehmen wir mal ein bisschen das Schwert. Schwerter machen Freude. Boah, irgendwie sollte ich eigentlich mal irgendwie so eine Firma für wurstverarbeitendes Gewerbe aufmachen. So viel wie ich mich hier durch die Gegend Schnetzel und Hackfleisch produziere. Nur... Nee, das geht auch nicht. Dann, wenn das wieder rauskommt, dann heißt es wieder, äh, äh, wir haben verdächtiges Fleisch in der Wurst gefunden. Must be fair oder sowas. Ach, da wollte ich doch hin. Da ist doch schon der, der Hühnerstall auf dem Dach. Da wollte ich doch mal eben schnell gucken gehen, was es denn da Neues gibt. Gut. Vielen Dank.